In diesem Video präsentieren wir Ihnen den EVSE-Adapter PCE EVSE 300. Herzlich willkommen bei PCE Instruments. Ihr Hersteller für Mess- und Prüfgeräte für Industrie, Gewerbe und Forschung. PCE Professional Calibrated Equipment. Hallo und herzlich willkommen bei PCE Instruments. Mein Name ist Maximilian Knoppe und ich präsentiere Ihnen heute den EVSE-Adapter PCE EVSE 300. In vielen Elektroinstallationsbetrieben befindet sich bereits ein Installationsmessgerät, womit die Erstprüfungen an Wallboxen nicht durchgeführt werden können. Hier kommt das PCE EVSE 300 zum Einsatz. Im Lieferumfang zum EVSE-Adapter befindet sich das PCE EVSE 300, ein Ladekabelstecker vom Typ 1 sowie Typ 2, eine Bedienungsanleitung und für den sicheren Transport eine Transporttasche. Bei dem PCE EVSE 300 handelt es sich um einen Adapter, der bereits vorhandene Installationsmessgeräte erweitern kann. Dazu wird der EVSE-Adapter mit der zu überprüften Wallbox verbunden. Das Installationsmessgerät kann dann über die Einbaubuchse verbunden werden. Nun ist es möglich, mittels des Installationsmessgerätes die erste Betriebnahme durchzuführen. Auf der Vorderseite gibt es zwei Regler. Mit dem PP-State-Anschluss kann ein Kabelquerschnitt von bis zu 63 Ampere simuliert werden. Über den CP-State-Schalter wird ein angeschlossenes Fahrzeug simuliert. Bei der Schalterstellung A ist kein Fahrzeug angeschlossen. Bei der Schalterstellung B wird ein angeschlossenes Fahrzeug simuliert, das nicht bereit ist zum Laden. Mit der Schalterstellung C ist das Fahrzeug bereit zum Laden. Schalterstellung D sagt aus, dass das Fahrzeug bereit ist zum Laden und eine Ventilation benötigt. Zusätzlich kann man mit der CP-Fehler-Test-Taste einen CP-State-Fehler auslösen. Für eine Schutzleiterüberprüfung kann ein Fehler über die PE-Fehler-Taste ausgelöst werden. Über die PE-Prä-Taste kann geprüft werden, ob eine Spannung am Schutzleiter anliegt. Über die Laborsicherheitsbuchsen wird das Prüfgerät angeschlossen. Bei dem Schoko-Stecker-Anschluss kann man zusätzlich Geräte anschließen. Dieser Anschluss ist bis zu einer Stromstärke von 10 Ampere abgesichert. Weitere technische Daten und Datenmetter finden Sie auf unserer Homepage. Entdecken und bestellen Sie die neuesten Mess- und Prüfgeräte jetzt auf www.pce-instruments.com